Hallo und da sind wir wieder bei Marius. Um euch mal zu zeigen, was ein dominanter Vogel ist, der 31, der eigentlich da rein gehört. Versucht den raus zu hauen und versucht den raus zu hauen. Und da sitzt der jetzt gerade drin. Ja, was soll ich tun? Er hört nicht auf. Meine Güte, nicht zu fassen. Gestern hat er sich immer mit dem Vogel geklopft. Jetzt versucht er den raus zu hauen. Und er ist ja nicht der einzige. So geht das hier rundum. Ich tue mein bestes, aber es ist kaum zu stoppen. So, einen schönen Tag wünsche ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.